Du kannst und darfst neue Teammitglieder im Team begrüßen und bist als Teamleiter froh über die Verstärkung? Dann solltest du die folgenden fünf Risiken kennen und gegensteuern, damit das neue Teammitglied nicht zur Gefahr für das Team wird und ihr danach schlechter dasteht als ohne Verstärkung. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Wenn wir Teams anschauen, dann müssen wir immer berücksichtigen, dass Teams einfach ein soziales Geflecht sind. Sie besitzen eine eigene Dynamik in der Zusammenarbeit und auch im Zusammenleben und immer wenn wir an diesem Geflecht was verändern, egal wie gut oder schlecht es schon kooperiert, ja, dann hat das eine Auswirkung. Deswegen müssen wir einfach die Risiken kennen und betrachten. Und das Risiko Nummer eins eines neuen Teammitglieds ist es, es nimmt anderen Aufgaben weg. Es kann passieren, entweder bewusst oder unbewusst, dass dieses neue Teammitglied anderen Teammitgliedern Aufgaben wegnimmt. Das ist eine Gefahr. Entweder das passiert auch vielleicht, weil die anderen ihre Aufgaben nicht ordentlich machen oder nicht richtig dann auch klar machen, dass das ihr Aufgabengebiet ist. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass sich jemand neu dazukommt und einfach ausbereitet und sich die Sachen, die Rosinen rauspickt, die er oder sie am liebsten macht oder am besten kann. Deswegen ist es so wichtig aufzupassen, dass wir eine klare Aufgabenteilung haben. Risiko Nummer zwei. Das Beziehungsgeflecht im Team wird zerstört. Wie gesagt, jemand Neues kommt dazu und jetzt kann es passieren, das ist ein echtes Risiko, dass bislang hier die Leute sehr gut miteinander kooperieren und die neue Person klingt sich irgendwie dazwischen. Und vielleicht ist es dann für einen von denen, die vorher dann mit anderen gut kooperiert haben, sogar ganz angenehm, dass da jemand Neues ist und damit verliert derjenige ein bisschen den Bezug zu den anderen. Derjenige finden es gut, weil das neue Teammitglied ist jetzt irgendwie Best Buddy und die anderen sind es nicht mehr. Aber das ist eine Gefahr in dem Teamgeflecht. Und solche sozialen Geflechte sorgen eben dann auch dafür, ob man sich gegenseitig hilft oder auch nicht. Risiko Nummer drei. Veränderung der Teamdynamik. Jetzt geht es nicht nur um die Beziehungen, sondern auch wie man miteinander kooperiert. Das kann sehr, sehr gut sein, eigentlich sogar sehr wahrscheinlich, dass die neue Person, die dazukommt, anders agiert, anders vorgeht. Entweder deutlich schneller unterwegs ist und dann die anderen denken, hat der eigentlich einen Vogel hier immer Vollgas zu geben? Oder deutlich langsamer unterwegs ist als das bisherige Team. Vielleicht ist das jemand, der länger über Sachen nachdenkt, was ja per se gar nicht schlecht ist. Aber wenn ich in einem wahnsinnig schnell agierenden Team unterwegs bin, bei dem vielleicht auch mal über Qualitätsprobleme hinweggesehen wird und wir kriegen jemanden, der eher Sachen sehr, sehr, sehr genau und gewissenhaft macht und damit langsamer ist, dann kann das die Teamdynamik deutlich verändern und auch gefährden. Wenn dir das Video bislang gefällt, dann drück doch jetzt auf den Daumen nach oben. Damit gefährdest du nichts, sondern sorgst dafür, dass ich auch weiterhin solche Videos für dich produziere. Kommen wir zum Risiko Nummer vier. Respektloser Umgang mit anderen. Wenn das neue Teammitglied dazukommt und vor allem dann, wenn es denkt, es kann etwas besser als das bisherige Team, wenn es vielleicht in dem Team Probleme gab, die neue Person, die dazukommt, weiß darum und soll auch dafür sorgen, dass die Probleme gelöst werden, dann kann es passieren, dass jemand sehr überheblich und respektlos dann mit den anderen umgeht. Und das hat auch wieder sehr negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit, auf die Produktivität, auf den Zusammenhalt. Und im schlimmsten Fall passiert es, dass einzelne Teammitglieder, die dort aber wichtig sind, sagen, pass auf, mit so einem Idioten, der da neu dazugekommen ist, arbeite ich nicht zusammen, ich suche mir was anderes oder wechsle in ein anderes Team. Das heißt, so ein respektloser Umgang kann das Team auch zerstören. Und Risiko Nummer fünf. Andere Kollegen wollten den Job des Neuen. Das ist eine tückische Geschichte. So etwas kann passieren. Entweder die Aufgabenfülle wird einfach zu groß für das bisherige Team, deswegen kommen neue Leute dazu. Und diejenigen, die bislang da sind, die würden eigentlich ganz gerne die Aufgaben übernehmen, die jetzt der Neue bekommt, weil das vielleicht ganz neue Aufgaben sind und für die reizvoll sind. Oder aber der Neue bekommt die Aufgaben, die eher einfach zu erledigen sind oder die angenehmer sind. Und das bisherige Team denkt sich, super, wir reißen uns hier echt den Hintern auf und jetzt kommt hier jemand Neues dazu, der bekommt die ganzen einfachen Aufgaben und uns bleibt nichts anderes übrig, als noch mehr von dem schweren Zeug zu erledigen. Damit entsprechend wird die Team-Dynamik wieder beeinträchtigt werden, die Produktivität und die Zusammenarbeit. Deswegen ist es so wichtig, dafür zu sorgen, dass du die richtigen Leute im Team hast. Um dem Risiko zu begegnen, dass Kollegen dessen Aufgabe haben wollen, solltest du im Vorfeld gemeinsam mit dem Team sicherstellen, welche Aufgaben sind da, wie verteilen wir die und wie binden wir auch die neue Arbeitskraft mit ein. Und jetzt abonniere doch bitte den Kanal, sichere dir den Rabatt für unseren Online-Kurs für super Teams und sehe dir dieses Video an, das ich extra für dich rausgesucht habe und denke immer dran, Glück ist ein Talent.